Die Verkehrsbetriebe Schaffhausen kommen vier neue Gelenkbüsse über. Mit denen werden die alten Büsse, die eine Million Kilometer Laufleistung haben, ersetzt. Um Energie sparen, ist in den neuen Fahrzeugen ein Euro 6-Motor eingebaut worden. Da haben wir eine grössenordnige 20% Dieselverbrauch, den wir mit dieser neuen Motorentechnologie einsparen können. Nebst dem, dass wir mehr PS haben, die zugunsten der Klimaanlage läuft. Wir können rekuperieren, also wenn es abwärts geht, wird die Energie genutzt, damit wir sie nachher wieder für die Monitore brauchen, eben für die Klimaanlage brauchen, aber auch für andere elektronische Elemente, die es in einem Bus hat. Zu der Ausstattung der neuen Büsse gehören neben der Klimaanlage auch zwei Infomonitor und ein Überwachungssystem.